So, Kinders, da könnt ihr jetzt sehen, da bin ich jetzt, also ich bin jetzt quasi da hinten, ich zoome das mal ran, da ist irgendwo, da ist die Klinik und dann bin ich da, da kann man da so rum gehen, da, 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 irgendwie so und dann da wieder so rum und dann da, ich mach das mal wieder weiter weg, dann da so lang, dann bin ich da hoch, dann da, 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 da sieht man meine Fußspur noch und da bin ich und ich will jetzt noch, ich muss gucken, da hoch, da gehen wir jetzt mal zusammen hin, mal gucken, und das ist warm, also ich schwitze, ich hab ein T-Shirt an und die grüne Jacke, aber ich schwitze, was da zeuchelt, ich würde mich am liebsten nackig ausziehen, so warm ist das und, äh, ja, also wir gehen jetzt hier hoch, mal gucken, wo wir da hinkommen, oh, da kommen Leute, das heißt, ein Öde ist hier schon mal nicht, mal gucken, da kann man da so runter gucken, da, dann nochmal den Ausblick, so, und jetzt mach ich mal Pause und dann gehen da oben lang, oh, die sind auch mit Walkingstöcke unterwegs, also wie ihr seht, man kann auch im Winter walken, das ist schon sehr anstrengend alles, ihr Kinders, guckt euch die Aussicht an, das ist doch Hammer hier, echt, hier könnte man Urlaub machen, cool, cool, so, ich mach jetzt gleich aber mal Pause, weil, immer drauf achten, wo man so lang geht und so, das ist auch kack, viele Leute sind mit Hund unterwegs, ähm, guckt mal da hinten, das ist auch genial, ne, ich kann das ganz schlecht sehen, weil die Sonne blendet, ah, das ist so schön hier, diese Aussicht, ne, wups, 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 guckt euch das an, Kinders, guckt euch das an, größer geht's nicht, aber so weit bin ich jetzt, das ist ungefähr die Normaleinstellung, so weit bin ich jetzt entfernt, da, und da hinten irgendwo, da geh ich jetzt gleich lang, mal gucken, wo ich da rauskomme, ich hab ja heute Zeit, bis um 1 Uhr, mal sehen, ich könnte auch da lang gehen, aber, wir schauen mal, alles klar, bis später, ne, tschüss, 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 Vielen Dank.